4, 3, 2, 1 und go! Oh, jetzt hab ich schnell pre-pottet! Oh, lol... Fast schon! Tank, religion... Neue Gilde! Ja, wir lösen jetzt auf! Ja, schick mal die Seite vom DX bitte, Alter! Ich möchte hier... Herzreifen! Okay... Wow... Demokrit, du machst das ja, ich stell mich mal AFK in die Ecke oder so... Achso, immer noch du machst das! Oh, was ist denn so? Total demotiviert! Demotiviert! Das ist kein Sex noch! Soll ich mit dem mitkommen? Braucht ihr einen Porter? Ja... Ja, ich könnte auch einen Porter offern, der ist zwar erst 91, aber... Da kommt's ja nicht rein, ne? Ach, stimmt! Port und so! Wir müssen nicht erst von... Einfach hinreiten! Portschein! Ja... Macht bestimmt mehr der Mensch als Geryl! Mit der ist eine Wollmöchse! Das kann uns in 就... Du kannst doch nicht abnehmen... Achso! Ja, das stimmt! Aber... Aber... Wie heißt denn? Geraint ist ja heute gar nicht letzter! WTF? Hä?! Haaa... Ich denk mir immer so, Alter, wenn ich sah, wenn der was sagt, das genau ist! Genau so, und bring dir deinen Teil an. Seit wann ist Shanyu denn dabei? Wer ist das? Wer ist das überhaupt? Das ist der neue Trial. Shanyu, kannst du dir mal vorstellen, wer ist die Runde hier? Nee. 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 Das ist unser Trial, Alter. Der langfamigste Sohn. Du bist Trial, ne? Quatsch nicht im ersten Raid. So, ich hab im ersten Raid auch gequatscht. Ja. War mir klar, Alter. Deswegen wirst du kurz vor Legion Progress, wirst du dann gekickt. Ja, nice. Patrick. Äh, Patrick passt beim Spoiler doch nicht. Patrick? Hey. Kann ich heute Nacht deinen Beta-Zugang benutzen? Ja, viel Spaß beim Phasing, Alter. Geht eh nichts außer Team Hunter-Gebiet, glaub ich. Ja? Ach nee, Alter. Zorn die Scheiße. Also, mit Pala seh ich auf jeden Fall keine Mobs, keine NPCs, sondern mit Truinen dasselbe. Das sind alles Huren-Söhne. Ja. Ja, sicher auch so. Deswegen pumpe ich den jeden Monat kein Gold in den Arsch. Kein Geld in den Arsch. Fuck, Blizzard, ey. Ja, ich auch nötig. Ich nur alle 6 Monate. Pumpe den nur Gold in den Arsch, oder? Pumpe ich den gar nichts in den Arsch. Das hat alles sein Papa. Papa, Viori, ist wieder abgelaufen. Ne, ne, das macht's automatisch. Aber so schreit er lauter damit. Ja. Da kam er letztens zu mir an die, ob ich behindert bin, was das für 65 Euro sind, die ich abgebucht hab. Ich weiß selbst nicht, wer das bei mir wie im Eben bezahlt, find ich so. Papa, das ist der einzige Grund warum du Ruhe vor mir hast. Echt so. So true. So, guck mal, wie günstig ist denn, Alter. 13 Euro im Monat. Ich kriege Hans in der Temel. Alter. Boah, ich bin wirklich am Abzappeln, Alter. Ah, Lorenz, ab schritt frei, mach nö. Ich hab keinen Bock mehr. Boah, Alter. Wirklich. Ja, ich hab hier gerade. Es ist, äh, Sommerloch. Sommerloch. Regen draußen, Alter. Warum hab ich... Agro! Saarland Tank ist doch normal, Alter. Jo, genau. Alter, overused joke is overused, Alter. Aber hart. Nein! Nee! Das, das geile ist, es gibt sogar in der Palz einen Ort, der heißt Sommerloch. Es gibt in der Palz Sommerloch, das ist ein Ort, der heißt Bingerloch. Immerloch. Fringe. Besser als Busenbach, ja. Busenbach, ja. Geil. Wo ist das? Bexbach. Was, was ist mit Bexbach? Wo kommt der Bohlen nochmal her, Alter? Hamburg, irgendwo? Aus Dieter. Ich wollte es auch so. Ich wollte es auch so. Den nicht. Das ist so dumm. Kann ich nicht bringen. Deswegen mach ich es ja, Alter. War das nicht bei Dieter Bohlen eigentlich, Alter? Muss ich mal gleich mal gucken. Der kommt doch hier aus dem Modern Talking, oder? Ja, der ist anders halt. Dieter Bohlen kommt doch hier aus, äh, nach Schleswig-Holstein. Hamburg, keine Ahnung, da oben rum. Muss man gleich gucken, wenn das so ein komisches Stadtteil, oder? Der T-Star. Also ich find's spannend. Ja. Ich auch. Du bist ruhig, ja. Ich hab ne Idee. Hank weiß noch, was Dionysia damals bei Onyxia abgezogen hat. Wer? Also mit 70er, äh, hier der kleine, der Spasti. Dio. Ja, Dio. Der mit 70er Gear tanken wollte. Na ja, der Beste, Alter. Alter, lass das mal hier machen. Ich glaub, der erste, was liegt so gerade noch. 70er Gear auch noch. Schatten, 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 Riesigier. Bastard dreckiger. Also ich hab, glaub ich, alle, alle alten Tears auf der Bank. MP. Ja, aber ich, ich zieh einfach mein, äh, Challenge-Mod-Transmachset an. Hüse, Platzen. Ach so, Schatten. Und eben. Ende, Platzen. Okay.